Rosenwurz ist eine interessante Pflanze. Der lateinische Name ist Rhodolia rosea radix, klingt immer so wunderschön. Diese Pflanze existiert oder kennt man seit 3000 Jahren, sie wird als Lebensmittel verwendet und der Extrakt, der medizinische Wirkungen hat, stammt aus der Wurzel der Pflanze. Die Pflanze selber hat viele, viele Mikronährstoffe, die Botaniker kennen sich da aus. Für mich ist entscheidend, was sind die Wirkungen beim Menschen. Und ich setze Rosenwurz dort ein, wo eine unerklärliche Müdigkeit vorkommt. Also Rosenwurz verbessert die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. Es fördert die Konzentration, zum Beispiel vor einer Prüfung kann es eingesetzt werden. Man ist besser in der Lage, klar zu denken. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2003, wo bei Soldaten, die übermüdet waren und eine Prüfungsaufgabe durchführen mussten, wo die Verum-Gruppe, die Rosenwurz bekommen hat, deutlich besser abgeschnitten hat als die Placebo-Gruppe. Insgesamt kann man sagen, ist Rosenwurz eine mit Ginkgo zu vergleichende Pflanze. Es hat ähnliche Wirkungen im geistigen, erfrischenden Bereich. Ginkgo ist etwas besser studiert, aber was man bisher weiss, sind die Wirkungen ähnlich. Und in dem Sinn kann man Rosenwurz einsetzen, auch zur Demenzvorbeugung.